Ist das dein Boyfriend, Emma? Die Schauspielerin Emma Schweiger chillt in den USA mit Freunden am Strand. Und diesem einen Jungen an ihrer Seite. Genieße die letzten Sommertage, schreibt die 14-Jährige zu diesem romantischen Insta-Pic. Der Junge an ihrer Seite kommentierte es direkt mit zwei roten Herzen. Aber wer ist eigentlich dieser Typ? Jackson Merrick, ein Amerikaner, der ein Auge für Fotos hat und auch einen gemeinsamen Schnappschuss mit Emma auf seinem Social-Media-Account verewigte. Mit der Bildunterschrift Happy Place. Emma reagierte prompt, auch mit einem roten Herz. Doch was meint ihr? Ist es nur eine Sommerromanze oder können wir zukünftig noch mehr Fotos wie diese erwarten? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch ein Like da und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren.